Hallo zusammen, es ist Dienstagmorgen, wir haben 7 Uhr. Ich wollte mal einen Film machen zu dem Nasdaq und zu 6 der glorreichen 7. Alle außer Tesla. Ich habe mit Tesla gar nichts am Hut. Und die Grundidee ist die, mir gefallen die Werte überwiegend nicht mehr. Und ich bereite mich darauf vor, dass die deutlicher fallen. Deswegen werde ich hier also nur noch schließlich Putz nennen, die teilweise recht deutlich weg sind. Die sind auch geringer gehebelt. Der größte Hebel, den ich momentan habe, das war Apple mit 10,6%. Ansonsten sind die Amazon bei 6,5%. Da werde ich aber nochmal einzeln was dazu sagen. Es ist so, dass die Berichtssaison kommt. Wo habe ich denn meinen? Hier. Und zwar geht es so los hier. Ihr könnt jetzt den Film anhalten, macht euch einen Screenshot. Hier kommen die Zahlen. Meistens kommen sie Post-Market. Aber da muss man nochmal genau drauf schauen. Und ihr müsst damit rechnen, dass gerade bei so einem Wert wie Nvidia, dass 4, 5, 6 Handelstage vor der Bekanntgabe der Zahlen einige Emittenten die Preise auf Bit-Only stellen. Das heißt, ihr könnt sie verkaufen, aber ihr könnt sie nicht kaufen. Hat Nvidia, hat ja in den letzten Malen, als da Zahlen kamen, wilde Bewegungen gemacht. Ich kann das verstehen. Also ich habe da kein Problem mit. Was ich machen werde von den genannten oder zu nennenden Scheinen, ich werde anfangen, mir Schnüffelstücke zu kaufen. Teilweise sind die Signale deutlicher, teilweise aber noch nicht bestätigt. Das hier sind auf jeden Fall die Zahlen. 24. fängt an und geht bis zum 21.11. Dass ihr das auf jeden Fall mal wisst, wann da was kommt. Mal kompakt zusammengefasst. Ich mache das alphabetisch. Das heißt, ich fange jetzt an mit Alphabet. Mal ganz kurz einen Blick auf den Monat, dass ihr auch wisst, wo diese Linien herkommen. Das ist jetzt der Monatschart. Er ist mächtig hoch. Riesenbewegung. Es besteht die Gefahr eines Doppeltops hier oben. Keine Frage. Wir haben auf Monatssicht noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Also einfach nur hoch. Dieses einfach nur hoch, ich weise immer wieder drauf hin. Der Oszillator muss unter die 80 gehen. Hier haben wir es gemacht von einem Kurs von, was war denn das, 79. Und das war am 1.9.2020. Bis da ein Verkaufssignal kam, das war hier. Das war am 3.1.2022. Da waren es schon 145. Also ja, ich nehme das als hoch an. Aber es ist noch kein bestätigtes Verkaufssignal auf Monatssicht. Aber ich gehe halt jetzt mehr auf Tagessicht. Was ich gemacht habe, ist, ich habe so die wichtigsten Chartpunkte hier mal reingeschrieben. Vor allem, das ist der Put, den ich aussuche. Und hier ist das All-Time-High, in diesem Fall von Alphabet. Was gefällt mir bei Alphabet nicht? Ich bekomme hier ein OK-Verkaufssignal. Wir waren gestern, hatten wir die Inside-Kerze. Also gestern am Montag hatten wir die Inside-Kerze. Ich habe bereits ein bestätigtes Verkaufssignal über den Oszillator. Ich sehe momentan nicht, dass Sie hier nennenswert drüber gehen. Ich habe hier einen ziemlich fetten Widerstand, so um die 142 rum. Nicht das All-Time-High. Aber hier verbindet sich das Hoch der letzten Tage mit dem oberen Bollinger Band. Ich hätte gerne, oder vielmehr eine Bestätigung. Also ein Verkaufssignal kommt hier unter diesem Kurs hier, unter der 10-Tage-Linie. Und da sind wir bei 136,60. Das würde mir reichen. Der Put, den ich ausgesucht habe, der ist ja deutlicher weiter weg. 156,15. Da sind wir noch hinter dem All-Time-High. Ich möchte das so verstanden wissen, was ich jetzt hier sage. Es ist keine Notwendigkeit, heute hier und jetzt das Depot voll zu hauen mit dem Putz. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ich kaufe mir überall 10%. 10% dessen, was ich machen will, damit ich den Markt ein bisschen besser spüre. In diesem Fall ist ein Schein von Goldman GQ0DSY. 156,15. Und das hier sind die langen Fibos, die kommen vom Januar diesen Jahres. Und ich rechne bei Alphabet eigentlich eher damit, dass sie an und unter die 20-Tage-Linie hier so auf diesem Bereich 127. Weil das darf mir hier nicht gefallen. Haben wir den nächsten Wert. Das wäre dann Amazon. Auch hier haben wir wieder lange Fibos. Jetzt muss man schauen. Die sind hier auch vom Januar diesen Jahres. Die Bänder laufen zusammen. 10- und 20-Tage-Linie treffen sich. Dass sie das tun, ist in Ordnung, nehme ich mal so hin. Das Verkaufssignal, was wir eben hatten, war Alphabet, ist hier noch nicht bestätigt über das MACD. Wohl aber über den Oszillator. Auch hier ein Inside-Day. Und der Put, den ich ausgesucht habe, ist die 152,24. Da sind wir da, wo jetzt die Maus ist. Ungefähr hier. Das hier, jetzt muss ich mal schauen, ist nicht das All-Time-High in Amazon. Das war deutlich höher. Das hatten wir hier oben bei 188. Was mir, wie gesagt, nicht gefällt, ist auch hier der Oszillator. Aber im Gegensatz zu Alphabet haben sie hier noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Auch hier sehe ich als Widerstand dieses Gap. Das war vom 20.09. Und das verbindet sich mit dem oberen Bollinger Band. Und in etwa mit dem Hoch, was wir hatten, was ist denn das? Das ist Montag, Donnerstag. Keine schöne Kerze hier. Inverted Umbrella Doji. Trotzdem probiere ich auch hier mal 10% zu nehmen. Von diesem Put, dem 152,24. Der ist von der UBS. Das ist die UK5LT8. Ich möchte auf jeden Fall Kleinigkeiten haben. Wenn ich nur 10% kaufe, ich gehe schon mal zum nächsten Wert, das ist Apple, dann tut mir das auch nicht so weh, wenn es schief gehen sollte. Hier geht es um die Apple. Apple Tageschart. Apple tut sich hier schwer an dieser Linie hier. Das ist von dem Hoch, was wir hier hatten, am 1.08. diesen Jahres bei 196. Und ich meine, ja, das ist auch das Oldtime High, oder? Ja, das ist das. Gut. Da habe ich einen 195er genommen. Wenn dieser Trend gebrochen wird, dieser hier, ist das zwar schön, aber auch hier lag ein Gap, was mehr oder weniger schon geschlossen ist an diesem Tag. Das war auch am 06.09. 183,01. Irgendwie bei Apple ist momentan so ein bisschen der Treib raus. Ich habe schon ein schöneres Verkaufssignal, sowohl über das MACD als auch über den Oszillator. Vielleicht gehen Sie mal dran. Vielleicht fuhren Sie hier oben nochmal rum. Mal so einen kleinen Falls. Aber ein Breakout wäre erst ab hier, und da würde ich mich auch stoppen, bei 190,16. Das ist dieser Bereich hier. Da habe ich auch hier einen Schein genommen von Goldman, die GQ0MZH. 195er Basis, der liegt hier oben. Bisschen da, 195,14. Gefällt mir also auch nicht so besonders. Dann hätte ich als nächsten Wert Meta-Plattforms. Da will ich jetzt mal auf den Monat gehen, dass man das mal ein bisschen besser sieht. Das ist schon eine heftige Bewegung, muss ich wirklich sagen. Die waren hier bei 87. Und das war am 1.11.22. Ja, kann auch hier die Gefahr eines Doppeltops entstehen. Ich finde nur hier einfach diese Kerzen, die sind einfach mächtig. Gehen wir zurück auf den Tag. Jeder Wert, dem ein Preis unterliegt. Jedes Gut braucht eine Pause. Braucht oder unterliegt Schwankungen. Ich habe da so gut wie gar keine Schwankungen gesehen. Hier haben wir, jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich das All-Time-High eingezeichnet. Das All-Time-High ist noch weit weg bei 385. Das war der Punkt, wo seinerzeit der gute Herr Zuckerberg mal einen Tag bevor Zahlen kamen einen Teil seiner Aktien verkauft hat. Das hängt ihm bis heute nach. Kann ich auch verstehen. Das war irgendwie nicht besonders diplomatisch. Hier habe ich einen Putt gefunden von der Citibank. Das ist die KH8K7T. 361er Basis, da sind wir hier oben. Hier auch ein, wie ich finde, absolut akzeptables Verkaufssignal über das MACD, lang, kurz, kurz und auch über die Sochastik. Gestern ist der Gesamtmarkt gestiegen um 1,32 Prozent der Nasdaq. Aber ich glaube, das sind so, sagen wir mal, die letzten Zuckungen. Aber wir kommen ja noch mal zum Nasdaq hinterher. Darf mir also von da auch nicht gefallen. Wir waren Außenband raus und ins Band rein. Ich sehe da kein nennenswertes Potenzial mehr, muss ich einfach so sagen. Dann haben wir die Microsoft. Auch hier mal ganz kurz auf den Monat geschaut. Das ist jetzt 2016. Bill Gates wird sich freuen. Und seine Frau auch. Die hatte, glaube ich, auch einen großen Anteil der Aktien. Seine Ex-Frau. So, hier habe ich, oder ist für mich auffallend, wir haben ja auch so einen Downtrend, an dem wir momentan dranhängen. Wir überbieten den manchmal. Das hatten wir hier auch. Ich habe den über die Körper angelegt. Der Put, den ich ausgesucht habe, ist ein 366er. Da sind wir ziemlich genau hier, wo jetzt die Maus ist. Wenn ich den mache, muss ich allerdings aufpassen. Ich habe hier so einen Pfeil reingezeichnet. Wenn wir über die 342 gehen sollten, muss ich den stoppen. Dann wird es noch mal gehen. Das Verkaufssignal durch Stochastik ist verglichen mit den vorgenannten Werten noch nicht bestätigt. Und auch über das MACD nicht. Also bei Microsoft werde ich mich erst mal ein bisschen zurückhalten. Das wirkliche Verkaufssignal wird auch ausgelöst unter dem Kurs unter Freitag, unter 3,26. Also da muss ich ein bisschen warten. Wir haben per gestern, haben wir einen Shootingstar. Wir sind anspannt rein, dass wir da mal so ein bisschen drüber sind, nehme ich zur Kenntnis, aber nicht wirklich ernst. Das ist nicht viel. Aber wir haben ja einen Shootingstar gefallen, dafür das nicht. Dennoch, ich muss, ich mache sie jetzt noch nicht, weil die stehen mir noch am stabilsten da. Aber wenn, wird es dieser Put werden. Das ist auch von der City, das ist die KH86RA. Aber den muss ich relativ schnell stoppen bei 340. Was hatten die eigentlich für einen Hebel mit Microsoft? Ja, das war ein relativ hoher noch, mit 9,5. Dann haben wir, was haben wir denn dann? Nvidia. Also Nvidia, wie vorhin schon erwähnt, die machen halt solche Sprünge hier, wenn da Zahlen kommen. Also das kann durchaus passieren. Tja, ich habe die nie wirklich gehandelt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier das All-Time-Hasen relativ nah dran, bei 504. So weit ist das nicht weg. Auch hier rechnet damit, dass einige Tage vorher die Produkte, sowohl die Turbo Calls als auch die Turbo Puts, auf Bit-Only gestellt werden. Und zwar alle, die so 10% über oder unter sind. Weil die Emittenten haben auch gelernt von diesen Bewegungen hier. Was waren das damals? Das war von 302 auf 380 oder so. Ja, genau. Das war schon heftig. Wir reden ja hier nicht von irgendwie so einem Trittliner oder sowas, sondern das ist einer der größten Firmen der Welt. So ein Sprung, das ist schon mächtig. Aber sie sind nie wieder richtig da runtergegangen. Also die halten sich hier oben sehr gut. Dennoch hier habe ich auch ein Verkaufssignal eher bestätigt, lang kurz, kurz. Und ich habe auch Verkaufssignale über die Stochastik. Die hat gestern keinen Insight-Day gemacht, sondern sie ist einfach nur so ein bisschen wieder ran an die Verluste, die sie hatte am Freitag. Das gefällt mir auch nicht so besonders. Hier habe ich bei der UBS was Schönes gefunden. Die UL4-S01. Das ist ein 505er, der liegt hinter dem Alltime High. Den muss ich auch da machen. Da bei Nvidia ist das ein Hebel von per gestern. So muss ich das sagen. Per gestern Abend, Motorrad von 10,2. Aber auch hier finde ich das irgendwie nicht so prickelnd, muss ich sagen. Ich probiere hier, werde ich die Schnüffelstücke auch probieren und schauen. Aber Stopp ist eigentlich schwierig, sich da zu stoppen. Man kann auch einen Schein nehmen, der ein bisschen höher liegt, so 520. Aber eben vor der Erfahrung, die ich da habe mit Nvidia, die kann ihre 10% machen. Und dann wären wir bei 46 Euro und dann sind wir schon irgendwo hier drüben. Das wird also schwieriger. Deswegen wirklich nur Schnüffelstücke. Ein besseres Verkaufssignal erhalte ich mit Unterbieten der 20-Tage-Linie unter 440. Dann wird es sicherer. Dann macht die Position noch ein bisschen größer. So und jetzt gucken wir mal auf den Nasdaq selbst. Das ist dann, ich gehe mal auf den Monatschart, dass ihr da den Unterschied seht von letztem Jahr Oktober. Das war, jetzt muss ich mal schauen, das war letztes Jahr Oktober. Dann waren wir hier tief. Die Kaufsignale kamen so um den 1.12. rum, beziehungsweise um den 1.1. Dann schaut mal, wie tief wir damals waren, wie hoch wir jetzt sind. Und beim MACD war das ähnlich hier, lang, kurz, kurz. Obwohl, der stimmt noch nicht ganz, ja. Aber das ist gleiches Niveau. Und ab Januar hat sich dann alles nach oben gedreht. Jetzt schaut, wo damals das MACD ist und wie heute. Also das Wort Jahresendrallye, ich will es nach wie vor nicht hören. Wir haben ganz andere technische Voraussetzungen gegenüber dem, was wir letztes Jahr im Oktober hatten. Ich hätte auch nicht, das gebe ich ganz offen zu, nicht gedacht, dass wir von 10.500. Hier, wo war der Hochkurs, der war auf rund 16.000, dass wir da hingehen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Hier aber auch die Gefahr von einem Doppeltop. Ist nicht meins. Wir werden hier schon ein bisschen weicher, aber der Monat ist noch nicht fertig. Und im Oszillator auch, verglichen mit den anderen Werten, eben nicht wirklich so ein tolles, noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Wir haben hier, wir haben auch hier den Trend eingezogen, wie wir ihn erheben hatten bei Microsoft, vom Hoch bei 15.906 sehr schön bestätigt, oft bestätigt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal bestätigt. Das ist ein wichtiger Trend. Allerdings würde ich erst weiter positiv werden, wenn wir das hier überbieten. Das letzte Zwischenhoch bei 15.603. Auf Tagessicht ist das Verkaufssignal im MACD noch nicht bestätigt, allerdings über den Oszillator. Auch hier werde ich Schnüffelstücke ausprobieren. Ich habe jetzt allerdings für euch jetzt da gar keinen Schein rausgesucht. Wieso habe ich das nicht gemacht? Weiß ich nicht. Also auf die Schnelle. Es gibt von 15.542, da sind wir hier. Der sollte aber höher sein. Der muss sein bei 15.604. Ich glaube, den liefere ich nach. Also das wäre dann so ein 15.650er, sowas in der Art, den liefere ich nach. Viel weiter drunter möchte ich auch nicht gehen. Der hat auch dann einen größeren Hebel verglichen mit den Aktien, die ich eben genannt habe. Ich bin der Meinung, die Märkte brauchen eine Pause. Und diese Seitwärtsphase, die wir hatten, reicht für mich nicht. Ich glaube, dass wir eher nochmal runtergehen. Und wenn diese sechs von den Chlorreichen sieben das machen, was ich erwarte, und fallen mal alle so zwischen 10 und 15 Prozent, was sie sich absolut verdient haben, dann ist der Nasdaq irgendwo hier bei 13.8. Bei einer 200-Tage-Linie. Die kommt hier unten ran. Die steigt natürlich nach wie vor, 13.850. Aber ich bin hier von alles andere als überzeugt. Nicht nur wegen der geopolitischen Lage. Das interessiert die Börse. Das habt ihr alles festgestellt. Seit dem Ukraine-Krieg eigentlich herzlich wenig. So unmoralisch das ist, aber es interessiert sie wenig. Ich kann hier nicht lang gehen. Und ich möchte das insgesamt über Schnüffelstücke probieren. Schade zu gehen. Wenn sie schief gehen, kostet mich das nicht zu viel. Und wenn ich die Bestätigung bekomme über die verschiedenen Verkaufssignale, dann lohnen sich sogar die Schnüffelstücke und ich kann die Position aufbauen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.